21. März 2019, Grabs, einmal mehr, Rintal-Oberländisches Verbandsschwingfest, 2008 war es schon. 2014 war es schon, wenn diese drei Herren, zwei vom OK, von einer Nachtköpfung, mit einer Frau, wohlverstanden, eine Frau ist drin, das ist die Sekretärin, wenn diese zwei Herren links von mir in Grau an dem Schwingfest sind und die Schwinger in die Hosen einsteigen, dann haben die ihre Arbeit schon längst geleistet. Rechts bei mir, David Zimmermann, und ich schwenke es zuerst von David Zimmermann durch. David Zimmermann, was ist denn deine Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schwingfest? Ja, ich repräsentiere den Verband als Verbandspräsident. Meine Aufgabe ist es, respektive die Aufgabe des Verbandes, das feste technisch zu begleiten. Die Grabser-Kollegen hatten wieder ein schlagkräftiges OK, auf die Beine gestellt. Da kann man eigentlich nur sagen, ja, nicht im Weg stehen, schützt auf die Seite stehen und diese Böse machen lassen. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Man sieht es nicht so, aber wenn du stehst, dann merkt man, du bist ein Schwinger, also du verstehst etwas vom Ganzen. Ich habe früher auch mal geschwungen. Ich habe da nicht so eine Posture wie die ganz Bösen oder unsere Spitzenleute. Oh, ich möchte es nicht sagen. Also wenn man dich anschaut mit diesen Mäusen, das sind genau die Gefährlichen. Das sind genau die Gefährlichen. Also, ich komme zum Diego Vorredor, OK Präsident, eigentlich der Schwiegersohn von Ernst. Das ist der, den wir am lautstarken Radio Elke hören. Bist du, Mia Ernst, so ein wenig in das Schwingen hineinkommen? Ich würde sagen, ja, ich habe mir jedes Mal auf den Geburtstag noch ein Schweigalp-Ticket geschenkt. Und ich gehe jetzt wirklich seit Jahrzehnten nach dort in den Schweigalp rauf. Ich habe ein eingenössisches Besuch, ich war aber auch bei einem Rindel-Oberländer. Schweigalp, gell? Rühnehitze ist natürlich wirklich etwas ganz Spezielles. Wenn man dort in den Schweigalp ist, eigentlich egal, wenn man oben noch Plätze für uns, also zuerst musst du den Parkplatz erlernen, als man es kommt und dann rechtzeitig überhaupt auf den Platz kommt. Aber wenn man dort einmal Plätze lädt, ist es wirklich etwas Schönes. Ja, ich denke, Schweigalp mit dieser Kulisse als Bergfest ist wirklich eine einmalige Geschichte. Blicken auf ein Centisui. Ja, Moment schön, was schaust du nicht, wenn man versendet ist, oder? Nein, zwischendurch jetzt. Ah, zwischendurch, gell? Aber sonst, ja, dieser Kessel, ich glaube, kann man wirklich sagen, Hexenkessel auf der Schweigalp, ist ein tolles Erlebnis und empfehlenswert wirklich für jedes Mal. Kommt denn das bei euch auch so? Also, habt ihr schon etwas gemacht, also auch ein bisschen Schweigalp, oder? Haben das nicht alle auf dem Ergelkopf fliegen? Was ist denn die Attraktion des Grabs im Unterdorf? Du bist ja eigentlich derjenige, der Marketing macht. Du müsstest das jetzt ja verkaufen. Vor allem die, die jetzt nicht so Schwinger-Fans sind. Weil die, die den Schlussgang kennen, die Schwinger-Fans sind, die können ja ohnehin. Aber warum sollen denn die anderen kommen? Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe, um wieder an dieses Schwinger-Fest zu kommen. Erstens haben wir ein super, super Teilnehmerfeld. Wir sind insgesamt 100, gell? Es sind mittlerweile 121 Schwinger gemoldet. Hoppla. Das heisst, die Resonanz war auch in den Schwinger-Kreisen sehr gross. Wir sind einmal von 100 ausgegangen, haben jetzt aber die 121. Was wir haben, sind neue Eidgenossen am Start. Wir sind eines der ersten, oder sagen jetzt das erste Freiluft-Feste in dieser Region. Und wir hören ein eidgenössisches. Die Schwinger wollen zum Keller rauszukommen und mal schauen, wo es steht. Wir haben neue Eidgenossen, wir haben einen neuen Teilverband, Kranzer. Und etwa 30 sonst Kranzschwinger. Also ein sehr gutes Feld. Und wir bieten natürlich auch punkten Infrastruktur. Das ist eine sehr gelungene Sache hier in Grabs. Ja, David. Ist das jetzt mal einfach mal der Schwinger unter uns gefragt? Das ist noch wichtig, dass man jetzt gute Resultate macht. Also der Orlik ist auch dabei. Er hat das erste Schwinger gewonnen in Zürich unten. Geht das Berg dort zu schwingen oder wie man dem sagt. Ich weiss nicht genau. Der ist auch dabei. Ist das wichtig, dass man jetzt am Anfang gute Resultate macht? Mit dem Entzug auch zugelassen wird? Das ist sicher so. Für die Leute ganz anderer Spitze geht es natürlich auch darum, eine erste Standortbestimmung. Alle anderen, oder nicht nur alle anderen, inklusive der Spitzenschwinger, haben das Ziel, sich für den eidgenössischen Entzug zu selektionieren. Und da geht es jetzt in Grabs einmal darum, eine Standortbestimmung, was man im Winter alles trainiert hat. Einen Schwingerkönig beim eidgenössischen haben wir nicht dabei, oder? Aber wir haben einen ungesprungenen Sieger, ich glaube, Daniel Böst seit 2011, der kommt. Aber ich glaube, wirklich einen Schwingerkönig haben wir nicht dabei, oder? Das ist richtig. Momentan haben wir ja in der Ostschweiz nur noch einen aktiven Schwingerkönig, das ist der Nöldi Vorher. Er hat sich da noch nicht angemeldet. Weisst du warum? Der ist momentan unterwegs mit Mikarno und Juli Zock. Das ist jetzt mehr auf den Schein. Er hat mir versprochen, melde sich sonst wieder einmal, er sei auch fit und so. Aber er hat sich nicht angemeldet, oder? Was ist denn jetzt hier? Meines Wissens noch nicht. Vielleicht kann René oder Diego noch etwas sagen. Ich darf aber sagen, wir haben sonst auch ein ganz illustres Teilnehmerfeld. Ja, was meinst du? Lässt sich der Nöldi, Diego noch motivieren? Ich habe ihn gerade in der Offen auch gefilmt. Er ist an diesem 23er-Mikarno-Team drin, zusammen mit Juli Zock. Eigenwillig wie immer, wie eh und je. Auf einmal war er nicht mehr rum, aber wieder da. Und er hat gesagt, er trainiert, er sei da noch fit. Also, meinst du, er lässt sich noch überzeugen? Ja, er hätte ja die lange Verletzungspause jetzt gehabt. Und wir bleiben noch etwas dran. Wäre natürlich schön, wenn der Nöldi noch so etwas wirklich am Tieren könnte, da auf der Gapse kommen. Wir zwei, du und ich. Also, irgendwie ist schon der Ernst, der uns da fasziniert hat. Also, ich habe mich gut erinnern. So und Jens, da wäre ich x-mal versägt gewesen. Also, hätte ich gerne gewusst, was sich irgendwo abspielt. Und es ist an einem recht kompliziert. Kommst du da inzwischen draus? Also von 8,5 bis 10. Extrem. Ich weiss mal, wie viele Punkte eine Niederlage gibt. Der vielleicht gestellte, variiert noch. Und ein Sieg, ich weiss auch, 10 oder 9, 7, 5. Also, diese Begriffe habe ich hintos, ja. Davi, geht das wirklich immer mit richtigen Dingen zu und her? Weisst du, ich kann mich erinnern. Der Abterhalt, du kannst dich erinnern, wo er am zweiten Tag, im ersten Gang, gegen Wengergabe dort verloren hat, lange der Brück gelegen ist und so weiter. Hätte es am Schluss ja eigentlich noch mehr so lange, wenn man dann einen anderen Schlussgang gemacht hätte. Dann ist aber eine richtige Diskussion auf einmal losgegangen. Lassen wir uns den Abterhalt nochmal in den Schluss gehen? Dann hat man gesagt, nein, jetzt nicht mehr, weil natürlich der andere gewohnt hat und so. Ich habe zu einem manchmal das Gefühl, er hat da so ein kleines bisschen, wo man nach Sympathie etwas, eine Partie zusammengesetzt. Kann das sein oder täusche ich mich da? Ich glaube, du täusche ich für dich. Ich glaube, die Schwinger-Szene, die steht mittlerweile auch so in der Öffentlichkeit. Wir können uns das nicht leisten, so etwas zu mauscheln oder solche Sachen, die du hier angesprochen hast. Das muss mit sauberen Sachen ablaufen oder gewährleistet sein, dass da gemäss regulativ das Ganze abgehandelt wird. Und sonst können wir die Quittung von Sponsoren und so einer Schauer ziemlich schnell über, habe ich das Gefühl. Aber das macht es vielleicht auch interessant, dass der Durchblick zu haben. Das ist wirklich eine relativ komplizierte Sache, zu mir. Gerade am Mittag geht es dann auch mal los und der Nachmittag organisiert wird. Da bist du dann konkret gefordert? Jetzt sind wir alle etwas gefordert. Und das Schwinger-Latein, das kann Diego bestätigen. Das lernt man vielleicht nicht an einem Wochenende. Das braucht vielleicht Jahre, auch wenn man so einen Schwiegervater hat wie du, Diego. Ich darf aber sagen, die Kollegen, die Soka hier in Grabs haben sich sehr Mühe gemacht und haben auch vieles in den Festführer genommen. Und ich möchte die Zuschauer ermunteren, diesen Festführer genau durchzulesen. Und das wird sie sicher viel weiterbringen. Und es wird auch einiges verständlich und klar werden dann. Und manchmal ist es auch sehr, sehr modebewusste Schwinger. Bei Michael Blesse ist mir schon mehrfach aufgefallen, auch wenn es ganz hart auf hart geht, er strahlt sich immer zuerst ein wenig. Ich muss noch mal achten, er geht immer noch schnell ein wenig, hockt ein Scheitel auch. Ganz sicher, das fällt einem beim Schwingen auf. Also das spielt auch eine gewisse Rolle. Möglicherweise ist eine gewisse Eidelkeit nicht abgestreiten. Da gebe ich dir recht. Diego, du bist auch ein sehr sportlicher Mensch. Hast du dir auch schon mal überlegt, in die Hose zu steigen? Ja, mal so etwas schon. Du nein, ich habe 30 Jahre geschautet. Die Knie sind jetzt kaputt und jetzt wollen wir nicht noch etwas Neues anfangen. Und was habt ihr bis jetzt gemacht? Also das ist ja relativ viel, was ihr mitmacht. Ich habe ja gesagt, wenn die Schwinger dann die 121 in die Hose steigen, dann sind ihr doch vorher schon längst in die Hose gestiegen. Das ist eine riesige Organisation. Was ist jetzt bei euch so abgegangen bis jetzt? Das ist ja so. Also der Ursprung ist Sommer 2017, kann man sagen. Der René ist ja so ein bisschen der Initiant. Der René hat einfach die Idee, du komm schwiegenfest in Grabs, das passt irgendwie. Und wir sind dann so ein bisschen im Gespräch reingelieben und dann haben wir gesagt, ja gute Sache. Der René hat auch immer den Kontakt zum Verband und dadurch, dass wir das jetzt in den letzten Jahren schon zwei Monate durchführen, ist für uns klar gewesen, das machen wir. Und dann noch zwei, drei Bieren und noch etwas Überredungskünste, da haben wir gesagt, ich mache das Urka-Präsidium. Und wir haben wirklich schlagkräftige Truppen zusammenstellen in dem Urka. Wir haben auch wirklich fünf Urka-Mitglieder, die gleichzeitig neu in den Männerrigen sind. Also auch der Hauptverein ist da sehr, sehr gut repräsentativ vertreten. Wir haben die FC noch ein bisschen mit eingenommen. Und der René, der natürlich in allen Vereinen in dem Sinne, im Turmverein und so weiter gross geworden ist. Und eben, eine Sekretärin haben wir noch gebraucht und da sind wir gerade davon, immer mit der Katrin Veitsch da eine ganz tolle, gute Fee. Aber eben, wir haben die erste Urka-Sitzung irgendwie im Herbst 2017 durchgeführt. Wir haben nachher definiert, dass es Männerrigen wird sein. Und dann Step by Step. Wir sind gerade heute Abend, während wir noch eine Urka-Sitzung haben, und das ist vielleicht die 10. Sitzung, die wir hier haben. Aha. Also in der Abend, wie wir das jetzt sagen, ist Anfang März, also geht das noch ein bisschen. René, bist du noch ein bisschen entschwingend? Ich meine, es gibt ja auch Schwinger mit Inner-Postur. Wird ihr nicht zu nachtreten? Aber es gibt ja auch Schwinger mit Inner-Postur. Wärst du auch noch ein? Also mal Power hast du ja auf jeden Fall. Dann bist du mir jetzt schon zu nachtreten. Ah, weisst du schon. Ich kann ja gleich antworten. Nein, wo ich vielleicht posturlich noch etwas besser unterwegs war, ich komme eigentlich aus der Lichtathletik raus. Eben. Ich habe früher 10-Kampf gemacht. Und habe dann einmal am Eidgenössischen, was war das? 1991, Luzern. Ja. Dann habe ich National turnet. Hoi, 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 jetzt runter. Mein Seil war dort der Kranz holen, den habe ich dann auch geholt. Und dort musste ich auch ringen und schwingen. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht so der Kämpfer-Type. Kraft hätte es vielleicht gehabt, aber auch der Killer-Kämpferinstinkt und natürlich die Technik hat mir gefehlt. Ich hatte noch gute Vornoten. Zuerst bekomme ich die Schwächeren über Ringer und Schwinger, die auch gute Vornoten haben. Und danach kommt dann natürlich das Pulver hin. Als Krönig habe ich dann den damaligen Karl Mehli noch bekommen, den man dann gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Aha. Ja, aber den National turnet. Hast du auch noch den Stein genommen? Ja, ja. Sogar eine Freijübung. Du, das habe ich jetzt noch nie. Du hast ja eine Menge Schwinger interviewt, aber das habe ich jetzt noch nie gefragt. Das ist ja ein riesiges Gewicht, der Stein. Also, im Nationalturnen hast du Stein heben und Stein stoßen. Du redest jetzt wahrscheinlich vom Unschbummer-Stein. Ja, genau. Ah, nicht der. Nein, der Unschbummer-Stein. Wir haben ihn mal geübt für das Jubiläumsschwingfest im Flüelen. Ja. Wir hatten eine Trappe und haben noch ein paar zusammen das Grabs geübt. Aber das ist wirklich ... Gell. Ist ... Nur, bis du einen Jamm hast, ist eine ... ... harte Geschichte. Ja. Also sehr bitte. Ich mache mal probiert. Ich darf einen anfassen und nicht noch heben können. Ja, mein Gott. Also nicht 5 cm. Das ist für mich unvorstellbar. Das ist extrem. Ja, wenn er nur schon Griff hat, geben sie ein wenig Ringen. Aber durch die Form, die er hat, ist es eine Kunst. Genau. Du bist auch der Gabenpapst, oder? Nimm mich an. Kann man mittlerweile so sagen, ja. Was gibt es denn für Gaben? Ja, traditionsgemäss haben wir als Siegerpreis einen Muni, gestiftet von der Gemeinde Grabs. Ja. Der Muni Markus heisst der. Hoi. Dann haben wir ... Warum jetzt Markus? Ja. Wegen Papst, oder? Nein. Er wäre so Franziskus. Ja, genau. Der Bischof habe ich gemeint. Ja. Der heisst jetzt einfach Markus. Das ist uns so gegeben worden. Ja. Weiter haben wir als zweiten Preis Rind. Ja. Als dritten Preis Fohle. Und dann haben wir noch weitere ... Ähm ... Fünf ... Sechs Lebenpreise, jawohl. Hoi. Also insgesamt haben wir neun Lebenpreise. Und dann haben wir natürlich weitere Gaben wie ... Ja. Wo soll ich anfangen? Große Sonnenschirme. Große Kühltruhe. Ähm ... Haushaltsgeräte. Gutschi. Das ist eine sehr breite Palette. Motorsägen. Dann haben wir aber auch die traditionellen Sachen wie ... Ähm ... Ähm ... Schellen oder Dreicheln oder so. Wir haben auch ein bunt gemischtes ... Ähm ... Angebot. Dass jeder Schwinger eigentlich ein bisschen ... Seiss auslesen kann. Nach getaner Arbeit. Und dann natürlich auch Arama-Programme, oder? Wir haben auch Arama-Programme. Darfst du vielleicht gleich den Diego? Ja. Ich habe schon auch gewollt für Diego schwenken. Aber hast du das Tipp richtig? Antigrisse. Also eben zum Gorbentempel. Also uns ist es wichtig, dass wir den auch ganz schön präsentieren. Ja. Ich bin auch selbst schon in irgendeinem Grund ... ... ist es so wie Sonderdorf. Aber ich komme zum Gorbentempel mal anschauen. Ist wirklich kein Vorrag? Also wirklich. Der kommt gut. Also da bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, was die mit den Fohlen und den Muni machen. Die Schwinger, gell? Gut. Sie hätten das Anrecht, um zu Hause zu nehmen. Aber wenn sie ihn nicht wollen, dann gibt es dann halt ... ... ein paar Nötchen dafür. Genau. Richtig. Gut. Jetzt ein Rahmenprogramm. Wir haben auch da uns das überlegt. Wir wollen natürlich so in Grapp bleiben. Das ist klar. Das Bergfinkel wäre komm am Nachmittag. Das Programm würde unterstreichen. Wir haben auch junge Altpornblöser bei uns. Und die Fahnen-Schwinger von den Heiliganten. Weil die Türen auch nicht fehlen. Wir haben die Türen, also morgen um 9 Uhr bis zur Arbeit, während die sogenannten ... ... der Matuk-Bube, wenn es früher geheißen. Und jetzt heisst es. Ich komme von gestern. Das sind vier Handörgler, die ein bisschen durch den Bassisten unterstützt werden, die dann überall auf dem Festgelände ein bisschen Verstimmungssorgen tun. Und wir werden am Morgen, während die Gruppe Soundaholic von Mario Bokstaller und die Töchter von ihm, werden dort noch ein Rahmenprogramm machen. Und da haben wir das Gefühl, haben wir einen guten Mix von Tradition, aber vielleicht auch ein bisschen neu zeitlich. Also wir sind wirklich happy, ein gutes Programm zusammengestellt zu haben. Eben, ich muss sagen, es ist faszinierend. Auch wenn jetzt jemand mit Schwingen zuerst nichts anfangen kann und denkt, es schmeckt nach Säggmehl, Bauernwürste und andere Sachen. Also es ist wirklich faszinierend, oder? Es ist auch faszinierend, oder? Was da eines an den Kampf austratiert, auch in einer Fairness, oder? Es ist ja dann wirklich nicht einfach. Der strengste und rebellische Abgelhafte und am Schluss landet man noch irgendwie im Säggmehl. Das ist manchmal wahrscheinlich noch recht frustrierend, oder? Vermute ich. Ja, du, Schwingen ist wie das Leben. Du musst lernen, mit Niederlagen umzugehen. Manchmal gewünscht, ein bisschen unerwartet. Mit dem Verlieren ist es gleich. Aber ich glaube, das gehört zum Schwingen, das gehört zum Leben, ja. Er hat schon manchmal gefragt, es gibt ja nicht wirklich die Grösseverhältnisse. Aber manchmal schon gefragt. Ich erinnere mich, der Abtrat, der Schweigalp gegen den Müller, glaube und so weiter. Gut, er hat dann das Knie natürlich noch versichert, ist dazugekommen. Aber er hat gedacht, du kommst im Säggmehlring, du bist ein bisschen hinten dran, der andere ist relativ gross. Also die Grösse ist wirklich auch eine Rolle, und ist aber nicht wirklich relevant. Ist das auch noch etwas, das wird im Schwingen so bleiben, dass es auch nicht verschiedene Kategorien so gibt? Da ist im Moment nichts anderes geplant, im Gegensatz vielleicht zum Ringen, wo es verschiedene Gewichtskategorien gibt. Das haben wir im Schwingen nicht. Was wir haben, ist bei den Jungen, bis 18 Jahre, da organisieren wir Buben- und Jungschwingertage, abgestauft nach Jahrgängen. Bei den Aktiven, das sind dann die über 16-Jährigen, da kennen wir keine Alters- oder Gewichtskategorien mehr. Gibt es für dich einen Favoriten? Es gibt viele, welche hier sind. Bösch natürlich, Orlik, Bläschweissig und so weiter. Ja, ich glaube, mit den vielen Spitzenleuten, die wir hier haben, ist das sehr schwierig zu sagen. Man weiss ja noch nicht, wo diese stehen. Und meine Befürchtung als Vertreter vom Verband ist einfach, dass der Sieg nicht im Rindel bleiben wird. Da müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, bei dem Fest. Aber das könnte natürlich, oder? Also, wir haben ja auch gewisse, die für Überraschungen gut wären, oder? Natürlich, ich hoffe natürlich auf einen Expo vom einen oder vom anderen Jungen von uns, jungen Schwinger. Und dann lassen wir uns überraschen. Auch die Einheit trainiert diesen Winter. Trainieren, also ohne das geht es nicht, oder? Also nur mit Kraftgrösse und Gewicht geht es nicht, sondern das ist wirklich ein Sport, wo man sehr trainieren muss. Wie viel muss man da trainieren, um überhaupt in eine Spitze zu kommen? Ich denke, da muss es mindestens zwei bis drei Mal pro Woche in Schwingkeller sein, also das heisst ins Sagmell. Und nebendran braucht es natürlich auch Konditions- und Krafttraining. Und dann sieht es auch relativ gefährlich aus. Also manchmal gibt es ja unglaublichste Sachen, oder auch das, was sich im Boden abspielt und so. Also ungefährlich ist es nicht, und gleich gibt es relativ wenig Verletzungen. Manchmal denke ich mir, mein Gott, die müssen ja Nackenmuskulatur haben, da ist ja am Mund in den Scheiss direkt dagegen. Das sind unglaubliche Unfälle. Ist das auch noch eine Bedingung, dass du wirklich so fit bist, dass es eben diese Unfälle nicht gibt? Ja, ich glaube, das ist natürlich schon eine Voraussetzung, dass du körperlich fit bist, dass man das Unfallrisiko minimieren kann. Und obwohl es tatsächlich ein Rauchensport ist, aber dadurch, dass die Leute einfach top trainiert sind, das Verletzungsrisiko, dass man das so minimieren tut. Gut, also 31. März, wir sagen jetzt nochmal, Grabs-Unterdorf, was gibt es sonst noch zu sagen? Jäger, was haben wir jetzt noch nicht angesprochen? Festwirtschaft. Also unsere Zielsetzung ist, dass wir nicht die grossen Wartenschlangen vor dem Wurststand haben, auch in den Mittagssetmen, sechs Aussenstände. Und wir hoffen wirklich, dass alle zur rechten Zeit verpflegt werden können. Das ist auch eure Stolz. Das müsste sein. Ja, das ist etwas vom wichtigsten Fehler. Und der Kaffee am Morgen ist schon bereit. Übrigens, liebe Leute, die Bilder, die ihr hinten sehen, das sind die Bilder, die man die Rechte drauf hat. Das sind meistens Bilder von 2014. Das ist die Slogan. Und wenn ihr möchtet, darauf zu schauen, dann heisst es schwingfestgrabs.ch. Der David hat gesagt, man sollte dort hineinschauen. Das ist wirklich sehr, sehr viel reich an Informationen, wo immer alles updatet wird. Und vielleicht noch du als Mr. Sponsoring. René, was ist das, was wir noch zeigen müssten? Was ist dein grösster Wunsch noch? Was hättest du noch einzubringen? Also mein grösster Wunsch ist eine Art schön erfüllung gegangen. Ich habe sehr grosszügige Gabenspender und auch Sponsoren gefunden. Man sieht die Fairness, die wir vorhin angesprochen haben. Die schwappt da überall. Und Schwingen wird immer wieder gerne unterstützt. Und ich hatte praktisch kein Problem, um die Sponsoren und Gaben einen Spender zu finden. Was noch zu sagen ist, es ist ja im Unterdorf, Schulanlage Unterdorf. Bei schönem Wetter, hoffentlich auch bei schlechterem Wetter, erwarten wir aufgrund vom Teilnehmerfeld, aufgrund von der Bekanntheit, die wir mit Grabser Schwingfest haben, recht viele Zuschauer. Die Kassenöffnung ist morgen um 8 Uhr. und ihr Autoläut früh genug dort zu sein, dass so ein guter Platz ergattert, um diese Kämpfe heute noch zu verfolgen zu können. Anfahrt möglichst mit Zug, Velo oder zu Fuss? Genau, Anfahrt am liebsten mit Zug, die, die von weiter her kommen. Die, die mit dem Auto kommen müssen, haben wir die Vidella, Pago, Lippe, und unter und unten haben wir Parkplätze mit signalisierten Fusswegen. Dann haben wir gerade beim Festplatz selber haben wir Veloparkplätze und wir hoffen natürlich, dass möglichst viel mit dem Velo oder zu Fuss kommen. Alles in allem, Diego, wirklich eine super Sache. Kurz vor deinem Abgang als Gemeindepräsident nach Utsnach sorgst du noch für Furore hier in Grabs. Also, was meinst du, wird es auch weiterhin wieder ein Schwingfest geben? Aller guten Dinge sind drei, sagt man, aber hängt es immer der Männerreie und die Männerreie am Engagement natürlich. Also eben, da haben wir jetzt noch gerne nicht angesprochen. Also, ich meine, die Motivation jetzt auch bei den Männerreien ist enorm. Also, wir haben 120 Mitglieder und von den 120 wären etwa 80 Stock an dem Schwingfest helfen. Wir haben andere Vereine noch angesprochen und können uns helfen. Wir sagen, wir schreiben 250 Helferinnen und Helfer, die uns da unterstützen. Und da die Solidarität, die im Grabs spielt, das ist sensationell. Und das ist eine meiner Zielsetzungen, dass ich dann die Utsnach noch hinbringe. Das ist ja klar. David, meine Zielsetzung wäre, und das hat man mir schon mehrfach gesagt, dass man auch Schwingerinnen mal zu lässt. Hm. Ist so etwas überhaupt denkbar? Ja, wie du sicher auch mitbekommen hast, gibt es ja auch Schwingfeste für Frauen. Das schon. Und was wir im Moment nicht haben, sind so gemischte Anlässe. Und ich kann dir eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Weisst du jetzt, weil du ein Schwinger bist, weisst du, ist das für dich eine Schnapsidee, wäre technisch auch gar nicht möglich. Also so, weisst du, dass die Frauen einfach wirklich chancenlos wären, um weit vorne zu kommen. Ja, soweit habe ich jetzt noch gerne nie studiert. Ja, gut. Wie gesagt. Aber ich befürchte von der Rheinschuh aufgrund der körperlichen Überlegenheit der Männer. Ja. Ich denke, wird das sehr schwierig für die Frauen. Das denke ich auch. Also wir bleiben dafür dran. Bei Rheinwelten berichten wir darüber. Wir hoffen, wir kriegen irgendwie einen Platz. Wir bleiben auch ganz tief, hoch und heilig versprochen. Am 31. wäre es dann, wo ihr eben auch natürlich müsstet vielleicht dort herkommen, Unterdorf Grabs, möglichst zu Fuss oder mit Zug oder sonst anreisen. Ja, sicher eine super Organisation. Und wer mehr will wissen, schwingfestgrabs.ch Jetzt muss ich nochmal genau fragen, heisst es Schwingerfest, nein, schwingfestgrabs.ch www.schwingfestgrabs.ch Das haben wir geschrieben, ja. Und wir sind doch alle Frauen, wenn möglichst, möglichst einen Haufen kämpft. Und ich frage natürlich wirklich ein paar Frauen, nachdem sie auch Zindia schwingen tut und überall schwingen tut. Da habe ich alles schon getroffen, international. Ich frage wirklich ein paar Frauen, wie sie denn das gesagt hat, ob sich so etwas zutrauen. Alle verantworten dann Kathrin Sekretärin, wenn sie gerade nicht mit Sekretariat beschäftigt ist. In dem Fall viel Erfolg, oder? Und was kann man da sagen? Was sagt man da? Gut Muni, oder? Was sagt man unter der Schwinge? Mannen an die Arbeit. Mannen an die Arbeit. Was sagt man da? Was sagt man das? Ja, was sagt man das?